Hi, ich bin mitten in Thailand und ich mache heute Kunst aus Holz. Wie schwer kann es schon sein? Genau, bye bye. Das Ding ist, manchmal verstehe ich auch nicht, was die Einheimischen so von mir wollen. Grüezi! In Germany we say, in der Ruhe liegt die Kraft. I didn't know Germany. I will play in Asia. To skate on the wood. Yeah, yeah. Was ist skat on the wood? Wenn sie nicht. This looks like a dick. This is a skateboard, eh? Simple, eh? You have to bang. All the power you... This is you. Thank you. Das wird schwer. Der erste Versuch meiner Schildkröte. Perfekt, exactly. Exactly. I'm gonna be your machine. You can be my machine. Yeah, yeah. Europäer beim Woodcrafting bedeutet halt, er macht die ganze Arbeit eigentlich. Ich hab gemalt. Wie findest du, mach ich das bis jetzt? Extrem gut, Chili. But they might also... In Germany we say Holzfäller, oder? Er hat gesagt, wir haben keine Zeit mehr und müssen wann anders wiederkommen. Das braucht noch locker vier Stunden. Okay, okay, okay. Stechen zu, Kappaleja. Bus aufs Blut, Kappaleja. So, das war's. Uff, ist das...